Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem Let's Play vom Tomb Raider Level Editor Level Tomb Raider 2 Revised. Das Ganze ist eine Art Remake des zweiten Tomb Raider Teils in der Tomb Raider Next Generation Engine und ich würde sagen, wir sehen uns das mal an. Ich kann leider die Zwischensequenzen nicht aufnehmen, zumindest die gerenderten Videos, aber die unterscheiden sich nicht von denen des Hauptspiels. China, das erste Level. Wir sind von da oben gekommen, der Hubschrauber ist gerade weggeflogen und hat uns abgesetzt. Anscheinend haben wir ein Tagebuch. Gut, der Hubschrauber möchte noch ein paar Geräusche machen, das sei ihm nicht verwehrt. Und wir können hier Fackeln finden. Der Ersteller dieses Levels hat die Level, soweit ich das bisher beurteilen kann. Ich habe nur ein paar Minuten gespielt, ziemlich grundlegend verändert. Hier ist jetzt zum Beispiel der Steindrache versteckt und wir Kenner des Originalspiels wissen werden, ist das normalerweise nicht der Ort seines Verstecks. Wir schauen mal, was es mit dem Tagebuch auf sich hat. Laras Notebook. Man kann es usen, aber das bringt nichts. Keine Ahnung, warum man es usen kann. Fakt ist, wir können damit speichern, laden und alles mögliche. Das Inventar sieht sehr, sehr cool aus. Das Ganze basiert natürlich so ein bisschen auf Tomb Raider 4. Und ziemlich lauter Regen begrüßt uns direkt. Im Originalspiel hat es hier nicht geregnet. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, die chinesische Mauer bei Regen ist irgendwie nochmal cooler. Und wie wir da oben sehen, ist ein Tor dort, wo normalerweise der offene Eingang ist. Denn das Entwicklerlein hat ein kleines Rätsel hinzugefügt, das wir lösen müssen, bevor wir das Tor öffnen können. Beziehungsweise wir müssen eigentlich nur einen Hebel umlegen. Und weiter habe ich dann auch schon nicht gespielt. Also, ab jetzt ist es sozusagen vollständig blind. Soweit man von blind sprechen kann. Denn immerhin ist es das Remake eines Spiels, das ich nun wirklich sehr häufig gespielt habe. Ich sehe Vasen. Und die Vasen sind wahrscheinlich, ja, sie sind zerstörbar. Sie beinhalten sogar ein kleines Medipack für uns. Ich habe das Gefühl, dass die Soundabmischung nicht ganz richtig ist. Vielleicht sollte ich die Soundeffekte lauter machen. Wird dadurch auch der Regen lauter? Ich glaube es nicht. Okay. Der Regen ist also Musik. Musik in unseren Ohren. Das sah eigentlich so aus, als würden wir Leben verlieren. Zum Glück ist nichts passiert. Und hier sollte nun eigentlich ein wunderschöner Hebel erst weg. Er ist da. Und da ist eine Spalte in der Wand. Alles klar? Ich verstehe die subtilen Hinweise, Liebesentwicklerlein. Wir müssen natürlich das Jetpack an dieser Stelle finden. Nein, Quatsch. Wir müssen natürlich uns diese Spalte entlang schwingen. Im Prinzip eine ganze Menge Veränderungen an den bisherigen Leveln aufgrund von Moves, die Lara erst in späteren Spielen dazugewonnen hat. Und ich bin gespannt, was sich sonst noch so alles verändert hat. Und ich muss sagen, rein grafisch, rein visuell sieht das Ganze jetzt schon enorm cool aus. Kann natürlich nicht ganz mit dem Remake in der Unreal Engine mithalten, aber ich glaube, das will es auch nicht. Das hier ist ein Projekt mit dem anderen Fokus, mit dem Fokus mehr des Originalspiels zu erhalten. Ach ja, der ikonische Abschnitt der Mauer. Wie habe ich ihn vermisst? Auch wenn ich ihn erst vor ein paar Tagen das letzte Mal gesehen habe. Kann man da hoch? Hallo Steinlein. Wollst du... Was? Okay, ähm. Das war leicht unerwartet. Und das war nicht nur unerwartet, das war auch der erste Tod. Was ich außerdem nicht vergessen sollte, das hier ist keine Challenge. Ich kann Gegner erschießen. Und vermutlich sollte ich das auch tun. Vermutlich sollte ich das dringend tun. Denn diese Rahmen können enorm nervig sein. Ähm. Ich hatte den Pool länger in Erinnerung. Okay, das sind die ersten beiden... Die ersten beiden Tode aufgrund von Neuerungen, von denen ich nichts wusste. Der Tiger, Lara. Du sollst nicht auf die Kräer schießen. Der Tiger ist gerade eine leicht größere Gefahr. Priorisieren, Dame. Priorisieren. Sterbi. Komm schon. Danke. Okay. Wir müssen die Augen offen halten. Eine gänzlich neue Situation für mich in diesen Leveln. Aber ich habe es ja fast geahnt. Es gibt neue Secrets. Entweder das oder das hier ist der neue reguläre Weg weiter. Wir werden es in Erfahrung bringen. Wirkt jetzt nicht wie ein Secret, um ehrlich zu sein. Ne, das scheint der Regul... Doch, das ist der Secret. Der Sie... Das ist der Secret. Es gibt der normale Weg. Es gibt das normale Weg und der Secret. Das hier ist der Secret, liebe Zuschauerlein. Es sind Fackeln. Danke für diese Fackeln. Fackeln sind so ungefähr das... Das Secret, bei dem man sich ja am Ende immer so denkt... War es das jetzt wert? Hat sich das gelohnt? Aber ziemlich cool, dieser versteckte Gang. Dieser Gang des Verstecks. Boah, das sieht so nice aus, ja. Das sieht so neatse aus. Mich hat immer schon ein bisschen betrübt, dass selbst mit den anderen Tomb Raider-Teilen verglichen, gerade ab 3 mit der Beleuchtung und so, der zweite Teil doch recht flach wirkte. Dann fehlt natürlich Griechen, was ein Move ist, der nochmal sehr viele neue Sachen ermöglicht. Und umso glücklicher bin ich, dass ich in diesem Remake nun etwas gefunden habe, dass diese kleinen Fehlerchen oder dass dieses Potential ausreizt, dass diese Fehlerchen ausmerzt. Hier unten scheint jetzt allerdings gar kein Schlüssel zu sein. Normalerweise liegt hier der Schlüssel zur Wachstube. Äh, zur Wachstube. Ganz im Ernst, die Worte werden gleich geschrieben. Warte mal, kann ich dich öffnen? Du siehst so aus wie diese Unterwasserplatten, die man öffnen kann. Warte, du eher dann, oder? Entweder das oder ich bin auf dem Holzweg. Nee, ich bin nicht auf dem Holzweg. Es lässt sich öffnen. Sollte ich neue Luft nehmen? Na, wer braucht schon frische Luft? Wir werden sterben. Das wird der dritte Tod. Ich spüre es. Ah, das war, das war sogar kein Secret. Das war wirklich der reguläre Weg. Wir haben ihn nur zu schnell gefunden, weil wir zu gut sind, nämlich. Das ist der Grund. Zuschauer Lines. Wir sind einfach zu gut für diese Welt. Ähm, das war jetzt aber im Kriechgang, ne? Das war nicht da hinten. Das war Le Kriechgang. Le Gang de la Kriech. Glaube ich hier um die Ecke. War es nicht hier? Doch war es. Okay. Relativ dunkel, aber ich sag mal, wir werden wahrscheinlich nicht umsonst mit Fackeln beworfen. Wenn man das Lighting eines alten Spiels verbessert, entscheidet man sich häufig dazu, ziemlich viel dunkel zu machen. Ups. Als hätte dieses Spiel noch mehr, als hätte Lara noch mehr Dunkelheit in ihrem Herzen gebraucht. Was ist dies nun? Ich höre böse, vorahnende Geräusche, aber es ist ausnahmsweise keine Stachelwand, die von der Decke kommt. Damit habe ich jetzt nämlich am ehesten gerechnet. Holy shit. Okay. Ich möchte es nochmal erwähnen. Das hier ist kein bloßes Remake. Der Levelersteller hat auch so einiges verändert und neu hinzugefügt. Und diese Unterwasserhöhle gehört definitiv dazu. Die waren nicht aus dem Originalspiel. Man kann da wohl fast rein, aber nicht so ganz. Strömungs. Ich spüre Strömung so. Oh, ich spüre doch keine Strömung so. Es muss ein Irrtum gewesen sein. Es lag ein Irrtum vor, es tut mir leid. Eine Irrtümlichkeit. Äh. Entwicklerlein, wo möchtest du mich hinführen? Da hinten vielleicht? Wobei, hier kam ich her. Hier war die Strömung. Hebel. Ich spüre einen Hebel. Mein Spinnensinn klingelt. Ja. Er fängt schon mal gut an. Er zeigt uns nicht, was der Hebel verändert hat. Das müssen wir selbst rausfinden. Großer Freund davon. Hebel, was hast du getan? Sprich mit mir. Ich werde es auch keinem weiterziehen. Nee, das war gelogen. Vielleicht muss man hier so von schräge zu schräge springen. Oder man geht einfach hier an Land und guckt sich genauer um. Das scheint mir der richtigere Ansatz. Okay, das Ding müssen wir wahrscheinlich von hinten verschieben. Dafür müssen wir erst mal hinten hinkommen. Hm. Hm. Ich bin bereits überfragt. Lara, weißt du vielleicht etwas darüber? Du warst doch die ganze Zeit dabei, als der Typ das Level erstellt hat. Du musst eigentlich wissen, was hier geschieht. Lüg mich nicht an. Sie tut so, als wüsste sie nichts. Wir alle wissen, dass das gelogen ist. Ups. Aber Marco, ich sag die Wahrheit, lüg mich nicht an. Jo. Ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen. Aber vielleicht müssen wir wirklich von hier aus dahin springen. Auf der anderen Seite, das da dürfte ja höchstens der Rückweg sein. Der Sprung kommt mir auch ein bisschen schwierig vor. Zu schwierig. Ich meine, ich gebe zu, es ist das Naheliegende. Aber es liegt halt nur halb so nah, wie man denkt. Ne. Ich glaube, das ist nicht richtig. Aber was macht der Hebel? Ich verstehe. Ich verstehe es nicht. Ich habe bereits etwas... Ah, der Hebel deaktiviert die Strömung. Okay. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Er deaktiviert die Strömung. Dadurch können wir hier ran. Das heißt, hier ranzugehen ist wahrscheinlich schon mal nicht falsch. Ähm. Aber was kommt dann? Nicht der Teil, wo wir ins Wasser springen. Ja, wie gesagt. Diese Kiste leider weder ziehen noch schieben. Wir müssten das von der anderen Seite machen, denke ich. An der Decke kann ich auch nicht klettern. Hier ist auch keine Kletter-Dingsbumsigkeit. Ah. Ich werde bereits vor Herausforderungen gestellt. Ich sehe es. Ich werde bereuen, dieses Spiel angefangen zu haben. Vielleicht muss ich mich einfach unter Wasser nochmal besser umsehen. Vielleicht ist hier ein weiterer Hebel versteckt oder so. Es ist Tomb Raider 2. Und trotzdem könnt ihr mir nochmal beim Verzweifeln zuschauen. Es ist nicht großartig. Die Wunder der modernen Technik. Da. Da muss ich hoch. Da muss ich irgendwie hinkommen. Sobald ich da oben drauf bin, kann ich da um die Ecke schwingen. Okay. Da komme ich dadurch hoch. Da müsste ich rein. Alles führt zu dem Ort, wo die Kiste ist. Aber wie kriege ich die Kiste da weg? Das ist doch die eigentliche Frage. Meine Damen und Herren. Wie bekommen wir die Kiste weg? Wir können sie nicht kaputt schießen. Was passiert mit der... Passiert was mit der Kiste, wenn ich den Hebel ziehe? So ganz glaube ich daran nicht. Oh, ich kann trotz Strömung hier hoch. Gebracht hat es aber nichts, oder? Nicht so wirklich. Da. Dieses Tor wird durch den Hebel geöffnet. Okay. Jetzt weiß ich endlich, was der Hebel tut. Viel zu spät, aber ich weiß es endlich. Wir müssen also definitiv darüber. Ist es dann vielleicht doch irgendwie dieser Sprung, der irgendwie machbar sein muss? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie soll ich... Hm. An der Kiste komme ich ja auch nicht vorbei. Von hier unten hatte ich, glaube ich, schon mal versucht. Äh, abzuspringen. Ich versuche es gern wieder. Aber ich glaube, auch dieses Mal wird nichts von Erfolg gekrönt sein. Nein. Ha. Komm schon, Lara. Irgendetwas. Irgendetwas. Gib mir nur einen Hinweis. Gib mir nur einen Hinscheiß. Ah, vielleicht kann ich an der Kiste, äh, vorbeiklettern. Nee, da ist eine Schräge. Nichts mit klettern. Muss ich vielleicht von dieser Schräge auf die andere Schräge? Das wäre schräg. Anderer Plan. Auch fehlgeschlagen. Was passiert denn, wenn ich hier gerade ausspringe? Kann ich mich da vielleicht festhalten aus was für Gründen auch immer? Nein. Hm. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich irgendwas total Offensichtliches übersehe. Ich habe ein... Ich habe in meinem Kopf einen Zuschauer, der mich anschreit. Marco. Ich hatte dieses Rätsel nach einer Sekunde gelöst. Ich hatte das Rätsel gelöst, da war das Level noch gar nicht draußen. Ja, das ist genau, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Hauptsache erst mal in die Wand reinschwimmen. Ich wusste nicht, dass das geht. Ähm. Er wird aber wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg sein, ne? Ist jetzt nur so eine Vermutung, aber ich glaube, das ist so nicht gedacht. Was übersehe ich? Wir können hier drauf springen, aber abspringen bringt ja auch nichts. Wir können auch hier drauf springen, aber auch hier bringt abspringen nichts. Es ist einfach nichts in Reichweite. Da sollte ich, da geradeaus sollte ich theoretisch nicht hoch können. Krass. Es ist der erste neue Raum und der überfordert mich. Und das geht natürlich. Das wäre eine Option. Ich weiß nur nicht, ob es eine gute Option wäre. Aber vielleicht ist das so gedacht. Nee. Nie im Leben. Nie im Leben. Okay. Wir können ja auch nicht aus dem Wasser an die Leiter ran. Weil das wäre ja das Offensichtliche. Der Hebel öffnet das Tor. Das wissen wir bereits. Ah. Das bleibt spannend. Wäre es doch nur spannend. Ja, zerschießen habe ich ja schon vorher probiert. Ich glaube, das ist zwecklos. Ich glaube, das ist zwecklos. Nee. Einfach nur nee. Wow. Es ist eins dieser Level. Ich spüre es. Vielleicht an der Säule. Ein Hebel, den ich übersehen habe. Hier hinter. War eine gute Idee. War leider falsch. Aber war eine gute Idee. Hätte ja sein können. Lara, guck mich nicht so streng an. Das hätte ja richtig sein können. Okay, ich würde sagen, wie es hier weiter geht, erfahren wir in der nächsten Folge. Weil ich glaube, ich werde einen Walkthrough dafür brauchen. Ich denke, ich habe wirklich nach bestem Gewissen alles abgesucht und den Weg weiter einfach nicht gefunden. Eine letzte Sache, die ich probieren könnte. Hätte ja sein können, dass die Lianen irgendwie ein Seil sind oder sowas. Nichts. Okay, bis zur nächsten Folge, Leute. Wo wir uns diesem Level weitergeben werden. Beziehungsweise hoffentlich den Weg aus diesem Raum finden werden. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.